Hier steht Sybou Medaillengewinnerin am Sprung bei der WM und zeigt uns hier ihren ersten Sprung. Yuschenko, Dobrisch. Thierry vorne ran. Schied und wir machen gleich weiter, es geht hier ruckzuck. Auch hier nochmal, wenn man auf den Rücken guckt. Musst du ein Tattoo? Ich hab keins. Ich hab keins. Hier und da immer kleine Korrekturen. Spreitsprung, Hauptbücksprung, Durchschlag halbe. Spreitsprung, Hauptbücksprung, Durchschlag halbe. Auch absolute Höchstschwierigkeit. Spreitsprung, Hauptbücksprung. Ich musste sie leider beim Doppelsalter gebückt auffassen. Doppelsalter gehockt als ihre Abgangsbahn. Spreitsprung, Hauptbücksprung! Spreitsprung, Hauptbücksprung. Spreitsprung. Spreitsprung.